Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, 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 ja. Das ist die Därematik leider nicht ausbrechbar gegen die Zürichwünsche. Aufmacht, wie sie eventuell feststellen können. Wir haben ja eine Situation von 4 und 3. Da sind drei Frantöse dann aufgestellt. 4, 3, 3. Ich wäre jetzt auf meiner Seite hier zwei Reifelkotten zu gut gegangen. Die Hinderung, ein Tragerin gegen zwei Frantöse. Eine Frantöse dann wechselt die Seite, kein Kontakt dort. Beide Fragen, dann können wir das Ganze. Das ist die Rente, das ist die Lücke. Die Trager schien runter und damit ist die Runde beendet, meine Damen und Herren. Das sind die Runde, aber ich hoffe, sie sind ja nicht so weit wegkommen. Hey! Hey, 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 hey. Es schreckt hier die zweite Runde. Erstmal ein bisschen kräftiges Abgebase auf der linken Platte. Hier schon ein Trank bei 2 und 2. Hier ein Römer, das ist 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 ein Römer. Hier ein Römer, das ist ein Römer, das ist ein Römer, das ist ein Römer. Die Führung ist in der Nähe der Führung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Schüsse Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020